Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen. Unsere Aufgabe ist es, deine Internetseite im Netz auffindbar zu machen. In diesem Video erkläre ich dir den Begriff Domain Authority, also die Domain-Autorität. Woraus besteht diese denn eigentlich? Beispielsweise aus dem Alter deiner Domain. Je älter deine Domain ist und je besser ihre Historie, also wurde damals beispielsweise kein Spam damit betrieben, desto einfacher tust du dir beim Aufbau deiner Autorität. Die Backlinks, also Google vertraut gewissen Internetseiten, spricht ihnen ein hohen PageRank zu, ein Vertrauen, ein Trust. Wenn diese Internetseiten deine Internetseite wiederum empfehlen, in Form eines Backlinks, so spielt das auch eine wichtige Rolle in deiner Domain Authority. Bewertungen auf verschiedenen Meinungsplattformen spielen eine Rolle, aber auch die Reputation in Form von Social Media, PR-Arbeit oder in Blog-Erwähnungen. In den letzten Jahren ist immer mehr das Thema Nutzersignale hinzugekommen. Also gehst du auf den User-Intent, auf das Bedürfnis deiner Zielgruppe ein? Hast du entsprechenden Content, der deine Nutzer wiederum zufriedenstellt? Kommen die eventuell immer wieder auf deine Internetseite? Oder kommen sie auf deine Internetseite, verlassen diese gleich wieder und suchen eine Alternative? Technische Dinge wie SSL-Verschlüsselung, Ladegeschwindigkeit oder dergleichen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Link-Diversifikationen, also erhältst du Verlinkungen von themenrelevanten Internetseiten, auch das spielt und trägt zu deiner Domain Authority bei. Wenn du weitere Hinweise möchtest, die du deine Autorität im Internet verbesserst, so habe ich dir unten stehen in diesem Video in der Beschreibung unseren Blog-Artikel verlinkt, in dem du weitere Informationen erhältst. Ich wünsche dir viel Erfolg!